Ja, heute geht es wieder mal um Uhren. Es geht um Smartwatches, aber nicht um die Apple Watch, auch nicht um die Tissot. Die haben wir ja schon besprochen. Diesmal geht es um meinen Budget-Tipp. Immer wenn ich wieder gefragt werde, ich hätte gerne eine Smartwatch, ich möchte eine, naja, nicht allzu teure Uhr haben und vorzugsweise sollte sie auch mit Android funktionieren. Da muss ich jeweils nicht lange überlegen. Klar, die Garmin-Uhren sind auch toll. Aber wenn es um Budget-Uhren gibt, gibt es einen Preis-Leistungssieger. Den finde ich immer wieder erstaunlich elegant und funktioniert auch sehr gut. Es geht um die Huawei Watch. Das ist das letztjährige Modell oder das ist das vorletztjährige Modell? Jetzt bin ich gar nicht mehr sicher. Nein, letztes Jahr ist es angekündigt worden. Damals an diesem unsäglichen Huawei-Event in München, wo sie nichts zu ihren Plänen über Google und Software gesagt haben. Ganz seltsame Veranstaltung war das damals. Eine der seltsamsten, die ich meiner Journalistenkarriere erlebt habe. Aber was mir damals sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, ist diese Uhr. Die Huawei-Uhren sehen wirklich viel, viel teurer aus, als sie sind. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und diese Uhr bekommt jetzt einen Nachfolger. Genau. Haben wir hier die neue. Die legen wir schon mal zur Seite. Vergleichen wir nachher doch noch. Aber jetzt brauchen wir sie nicht. Die neue Huawei Watch. Die wollen wir uns anschauen, aber nicht nur die. Ja, genau. Huawei hat auch noch eine, wie sollen wir sie nennen, Luxus-Ausführung davon. Huawei arbeitet ja jeweils mit Porsche-Design zusammen. Der ehemals nicht mehr Design-Abteilung von Porsche. Jetzt sind sie bei Porsche wieder reingekauft worden. Ist ein bisschen kompliziert. Es steht Porsche drauf. Was will man mehr? Wir wollen da nicht in die Details der Porsche-Firmenstruktur eintauchen. Nein, danke. Schauen wir uns die zwei mal an. Und los geht's. Kleber sehen ein bisschen aus wie die bei den Apple-Produkten, aber sie kleben deutlich besser oder respektive schlechter. Man kriegt sie kaum weg. So, weg damit. Können wir loslegen. Nein, es hat noch einen zweiten Kleber. Wieder der übliche Unboxing-Anfänger-Fehler. Erst schauen und dann aufmachen. Aber ich habe halt schon mittendrin angefangen. So, raus damit. Da kommt sie schon. Die GT2 Pro. Die erste der beiden Uhren, die wir anschauen wollen. Ja, sieht sehr schlicht, elegant, sportlich aus. Zwei Knöpfe, keine Rädchen. Leder fühlt sich auch gut an. Manchmal fühlen sich ja nicht allzu teure Lederarmbänder an wie Karton, aber das, der fühlt sich an wie Leder. Dürfte ja auch Leder sein, aber so sicher ist man sich da ja nie. Ähm, was wollen wir noch anschauen? Ah, dieses Plastik weg da. Was ist sonst noch in der Box? Der Ladepack und das Kabel. Ist da noch irgendwo ein Netzteil versteckt? Nein, sieht nicht danach aus. Kennen wir ja schon von Apple. Nur noch Kabel und Ladepack, aber kein Netzteil in der Box. So. Ah, aber natürlich USB-A für die Steckdose oder für das Netzteil und USB-C für den Ladepack. Ja, halb durchdacht. Ich muss das dann wohl mit USB-C auf USB-C ersetzen. Hält aber sehr schön magnetisch. Beim Vorgänger war das noch mit Kupferpins nicht ganz so toll. Kommen wir zur Uhr Nummer zwei. Die Porsche-Variante. Hier bin ich besonders darauf gespannt. Hier habe ich tatsächlich noch keine Pressebilder gesehen. Ich bin also sehr gespannt, wie die aussieht. Es gab ja früher ganz schöne Porsche-Uhren von IWC, aber das waren natürlich mechanische Uhren. Inzwischen hat Porsche da mit Huawei ja diesen Marketing-Deal. Aber den Deal müssen wir jetzt nicht nochmal aufdröseln. Ist viel zu kompliziert. So, da ist sie schon. Mit Titan-Armband sehe ich auf den ersten Blick. Und eine andere Lünette. Gefällt mir auf den ersten Blick schon sehr gut. Ist erstaunlich leicht, für das es ein Armband ist. Aber eben ist eine Titan-Uhr. Da gehört sich das so, dass die leicht sind. Oben markanter Porsche-Schriftzug, dass man auch ja merkt, dass es ein Porsche-Design-Dings ist. Hinten Keramik. Sehr schön. Ja, auch die zwei Knöpfe. Nichts zusätzlich. Hinten auf der Schnalle, der schliesse, das Porsche-Logo. Und hier geht es nicht auf. Klemmt es. Seltsam. Ah, Anfängerfehler. Das Ding klappt nur auf eine Seite auf. Zack und zu. Ja, sehr schlanke Schnalle auch. Ja, und wie gesagt, sehr leicht halten. Wir sind noch nebeneinander. Waren wir die andere da. Ja, ein bisschen anderes Metall-Finish. Während die Huawei GT Pro ein bisschen glänziger ist, ist die Porsche sehr, sehr schlicht. Ich würde sagen, gebürstetes Titan. Aber das sieht es mal nur geraten. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr elegant aus. Mir gefällt das Material der Porsche Uhr deutlich besser. Einzig den Porsche-Schriftzug hätte man wegen mir weglassen können. Auch die roten Dreiecke auf 3, 6 und 9 sehen sehr schön aus. Dann schauen wir mal, was in der Porsche-Box noch dabei ist. Ja, schau her. Noch ein Zusatzarmband. Was steht da oben drauf? Huawei. Ja. Naja, da drücken wir ein Auge zu, dass es ein Huawei-Armband für die Porsche-Uhr ist. Hier auch der Standardanschluss. Man kann also alle möglichen Armbänder damit verwenden. Sehr praktisch. Was ist denn noch drin? Ja, auch das Kabel. Wieder USB-A auf USB-C. Schimmert schon durch den Plastik durch. Wir schauen trotzdem. Sicher ist sicher. Naja. Der Klassiker USB-A auf USB-C. Und der Ladepack ist bei der Porsche-Uhr schwarz. Aber ansonsten würde ich sagen, identisch. Trotzdem schnell ausprobieren. Ups. Ja, schnappt sehr zuverlässig. Gut gemacht, Huawei. Ladepacks oder Ladedocks werden immer wieder unterschätzt. So, inzwischen habe ich die Uhren eingerichtet. Hier sehen wir das Immer-An-Zifferblatt. Ich finde den Ausdruck immer so doof. Das Passiv-Zifferblatt ist vielleicht treffender. Jetzt das Aktiv-Zifferblatt. Rechts die Porsche. Links die Huawei. Und zum Vergleich noch die GT2 Classic. Vom Vorjahr. Die GT2 Classic. Hier sehen wir die Rückseite. Die hat die Rückseite noch aus Plastik. Abgesehen davon. Ich finde sie immer noch die eleganteste da rein. Platz 1 für die GT Classic. Platz 2 für die Porsche. Platz 3 für die normale Huawei-Uhr. Was schauen wir uns als nächstes an? Ich habe hier wieder mal die Porsche-Uhr genommen. Ja, was können die Uhren eigentlich? Müssen wir auch schnell schauen. Der OLED-Bildschirm. Sehr schön. Wenn man von oben nach unten wischt, kommt, wie man es von Android auch kennt. Die Einstellungen. Und von unten kommen Benachrichtigungen. Habe ich jetzt gar keine. Wenn man nach rechts wischt. Sehr schön dargestellt. Gefällt mir sehr gut. Erinnert mich allerdings ein bisschen an die Apple Watch. Die Fitnessringe. Wenn man nach rechts wischt. Auch sehr gut die Herzübersicht. Jetzt drücken wir mal die Knöpfe und schauen, was passiert. Mit dem Knopf oben rechts kommt man in die Funktionen. Da die Uhr keine Apps hat. Ist ja nicht eine Android-Uhr. Hat es einfach vorinstallierte Funktionen. Sehr, sehr viele davon. Probieren jetzt nicht alle durch. Drücken wir den Knopf. Unten kommen noch die Fitness-Sachen. Auch hier sehen wir tonnenweise Trainingsfunktionen für Sportarten. Gibt auch noch weitere. Ich habe nicht alle durchprobiert unter uns. Eine Funktion schauen wir uns doch noch etwas genauer an. Das ist nämlich die Blutsauerstoffmessung. Das konnte schon die Apple Watch, die neue, die 6er. Huawei kann das jetzt auch. Wir schauen das in Echtzeit an. Auch hier der Hinweis, bitte nicht bewegen. Und dann geht es los. Oben rechts sieht man den kleinen Kreis, der sich langsam, langsam schliesst. Ja, soviel sei schon verraten. Es dauert ein ganzes Weilchen, bis hier gemessen ist. Jetzt haben wir dann Halbzeit. Und das ist noch interessant bei der Huawei Uhr. Dann zeigen Sie schon mal an, was Sie ungefähr messten. Bei der Apple Watch dauert es jeweils 15 Sekunden. Bei Huawei dauert es deutlich länger. Ja, wir sind immer noch am Messen, obwohl die Uhr sich schon ziemlich sicher ist, dass die Blutsauerstoffsättigung bei 99% liegt oder sogar 100%. Ja, wir müssen noch durchhalten. Gleich haben wir es geschafft. Im Alltag finde ich die Funktion übrigens nicht wahnsinnig nützlich. Auch nicht bei der Apple Watch. Da bin ich gespannt, was die nächsten Jahre noch bringen. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Jetzt dürfte es dann ländlich. Ja, geschafft. 99%. Dann, was schauen wir uns noch an? Die Zifferblätter. Da schauen wir uns die Standard-Zifferblätter an. Ich glaube kaum, dass sich jemand hier die Porsche Uhr unbedingt kaufen möchte. Da haben wir auch das Beste schon gesehen. Hier hat es auch ganz, ganz viele vorinstallierte Zifferblätter. Binyl, Lightgold, eher so Barock-Sachen. Digitale. Ja, wirklich sehr geschmacksvoll. Gefällt mir ja gut, was Huawei hier gemacht hat. Überraschend, finde ich. Hätte ich Ihnen nicht zugetraut. War ja damals eine meiner Kritiken an der Oppo-Ohr, dass die vorinstallierten Zifferblätter nicht wahnsinnig toll sind. Das ist übrigens mein Favorit. Kommen wir noch zu den Enttäuschungen. Eine Enttäuschung ist, dass das Immer-An-Zifferblatt standardmässig deaktiviert ist. Man muss es in den Einstellungen aktivieren und dann halbiert sich die Akkulaufzeit von sehr guten zwei Wochen auf noch eine Woche. Ich würde sagen so vier, fünf Tage. Ja, sehr schade. Und was ich auch enttäuschend finde, gerade das Immer-An-Zifferblatt sieht man bei Sonnenlicht sehr, sehr schlecht und das Glas zieht Fingerabdrücke magisch an. Die Apple Watch kann man deutlich besser ablesen, obwohl hier im Video schwer zu sehen. Und dann mein Standardärger. Huawei verbaut in den Uhren unglaublich billige und laute Vibramotoren. Das ist einfach nur nervig. Ja, soweit der Testbericht zu den neuen Huawei Watches, den GT2 Pro Modellen, der normalen GT2 Pro und der GT2 Pro Porsche und eben dem heimlichen Star der GT2 vom letzten Jahr. Die hier. Ja, was soll man abschließend noch sagen? Ich ziehe mir die Porsche Uhr jetzt wieder an. Ja, gerade die Porsche Uhr, die ist natürlich... Naja, das habe ich im Video vergessen zu erwähnen. Die Schließe der Porsche Uhr. Ich hoffe, man sieht es im Video. Schließt nicht wahnsinnig gut. Man muss wirklich mit der Hand nochmal nachdrücken. Ist ein bisschen schade. Für eine 700 Franken plus Uhr hätte man schon ein bisschen besser auf die Schließe achten können. Die ist zwar sehr elegant, aber schließt nicht immer zuverlässig. Es lohnt sich also nachzudrücken, wenn man nicht möchte, dass die Uhr hops geht. Ja, was soll man dazu sagen? Die GT2 Pro gefällt einmal mehr. Sieht ein bisschen schlichter aus als die Nicht-Pro. Die Klassik, die ich ja immer noch sehr, sehr schätze. Mit der Porsche Uhr ist natürlich das Problem. Es ist eigentlich eine Büsche-Smartwatch im Porsche-Kleid. Wer trotzdem eine Porsche Uhr will, der wird auch daran Freude haben. Gerade die schlichten Zifferblätter gefallen mir sehr, sehr gut. Wenn man natürlich Apps möchte, bezahlen möchte, dann muss man natürlich bei der Porsche Uhr genauso wie bei der normalen Huawei Uhr darauf verzichten. Was auch ein bisschen schade ist, bei der teuren Porsche Uhr ist wie gesagt eben der billige Vibra-Motor. Bei der billigen Uhr geht der ja noch knapp durch, aber bei einer 700, 750 Franken Uhr ist das schon ein bisschen schade. Naja, und eben wie gesagt, mein Budget-Tipp bleibt, wo haben wir sie? Ja, genau. Die klassische GT2. Die gefällt mir immer noch unglaublich gut. Erinnert mich an meine Lieblings-Omega und sieht wirklich so viel teurer aus, als sie ist. Kostet in der Schweiz gerade mal 190 Franken. In Deutschland wird sie auch nicht sehr teuer sein. Wer also auf Apps verzichten kann, nicht damit bezahlen möchte, fährt mit der Uhr sehr, sehr gut. Wer ein bisschen mehr möchte, kann sich gerne die teurere kaufen. Ich würde aber weiterhin die billigste, eben die GT2 Classic empfehlen. Falls dieses Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Falls ihr Fragen zu den Uhren habt, wie ihr seht, habe ich sie alle immer noch hier. Ich muss sie erst demnächst wieder zurückschicken. Stellt die Fragen ruhig unten in den Kommentaren. Ich kann auch gerne was ausprobieren, falls ihr irgendeine Funktion gesehen habt und wissen wollt, was die macht. Ungeniert Fragen. Ich versuche alles zu beantworten. Ja, und dann freue ich mich natürlich immer über Abos dieses YouTube-Kanals. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.